Am vergangenen Wochenende ging zum 27. Mal die Harley Davidson Charity Tour über die Bühne. Also unser Motto ist laut für die Leisen und stark für die Schwachen. Wir versuchen unsere Stimme zu erheben, um Aufmerksamkeit zu schaffen und Spenden zu sammeln. Wir sammeln überwiegend für Muskelerkrankungen. Da gibt es ganz viele verschiedene, die aber alle darauf basieren, dass sie genetisch bedingt sind. Zahlreiche Prominente stellen sich in den Dienst der guten Sache. Lauter böse Buben in schwarzen Lederkutten und jetzt sie. Ja, man muss gegen den Trend arbeiten. Nein, also gar keine bösen Buben. Sie sind die liebenswürdigsten Menschen auf Gottes weiter Flur. Wieso schwitzen sie nicht? Na ja, wenn man fett ist, so wie ich, fit werden tun schon. Nein, was gibt es Schöneres, bei so einem Wetter auf dem Bike zu sitzen? Geil. Hat Ihr Motorrad einen Namen? Nein, ich habe keine Namen gegeben. Nur mir, das ist gut. Wie ist der, Schatzi? Schatzi, Schatzi. Schatzi, ein Motorrad? Nein, also so ein Nahverhältnis. Achso, dich, ja, das schon. Nein, Schatzi. Das schon. Dich und das Motorrad, das wäre noch möglich, weil dann verwechselt man nicht oder verspricht sie. Born to be while. Untertitelung. BR 2018